Naja, müssen wir nicht unbedingt. Stein, Wasser. Boah, das nervt mich, dass in so'n Scheiß einmal so wenig reinpasst. Mh, ne, ist schon in Ordnung so. Also, wo kommt jetzt noch Stein hin? Hier hin, in das letzte Waterding, ja. Und dann werde ich noch mal, äh, 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 rechts noch mal ne Tour wegnehmen, damit's gleichmäßig ist. Mhm. Und dann müssen wir gucken, ob's symmetrisch ist wegen den Abständen für die, äh, äh... Quatern. Yes. Oh, mich juckt's grad übelst im Ohr. Ich glaub, wir kriegen heute noch locker vier Stunden voll. Oh shit. Äh, ja, ich habe gerade ein sehr schönes Projekt eingefahren. Äh, das Boot? Nö. Das ist jetzt Geschichte, ich brauch's ab. Oh, passt perfekt mit den Laternen. So, jetzt muss ich mal gucken. Stein, Wasser, Stein. Wo hab ich meine Schaufel hingepackt? Ach, da. Ja. Okay, ein Problem haben wir jetzt hier wieder natürlich nicht bedacht. Äh? Von, hier von rechts können die Zombies und so wieder rein. Äh, ich weiß, da muss dann, äh, Zaun und so'n Scheiß hin. Hm? Hups. Ja, ja, ich will nur das Stein-Ding bis dahin führen. Das war, achso, du, äh, die Treppe. Ja. Ah, da wartet schon Phil auf uns. Auf mich, Markus, ist das nicht sehr nett. Ich habe gerade schon überlegt, wie ich das Feld hier schütze, das andere Feld, weil da können die Viecher auch einfach reinlaufen. Ja. Könnten jetzt schnell schlafen gehen, dann brennen die. Ja. Fancy white. Yeah. Jetzt so nach drei Stunden haben wir endlich einen Dreh und einen Plan. Ja. Soll ich die Tür? Haben wir keinen zweiten Ausgang? Nein. Äh, nö. Sollen wir ihn bauen? Äh, nach hinten hin oder so, ne? Bei unserem, äh, ersten Haus. Ich vermisse es jetzt schon irgendwie. Ja. Oh, ist das erste Haus? Ja. Ja, okay, der hintere Ausgang war echt nice. Ja. Äh, wir können ja wieder einen hinteren Ausgang machen. Ja, mal gucken. Das hier. Da müssen wir gucken, ob sich das lohnt. Äh, white, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Was? Guck mal hier. Oh, shit, da hab ich... Kann jedes... Ich hab vergessen hier den, den, äh, ja, ja. Ja, ja. So. Äh... So. Hast du heute? Schön, schön, hab ich gesagt. So, schön, schön, hör, jörgLE HörgLE HörgLE ich habe jetzt falsch gemacht 2 mal 2 mal weil 3 ah ok all my mistake so dann machen wir damit hier die keinen Viecher rüberkommen bauen wir das hier noch ab wird immer schöner hier solche coolen umgestaltler reitenwandler naja es liegt nur daran dass ich die erste Planung hatte das zur Info ich brauche einen Blueprint ich muss mir schon alles machen hier boah deine Voice alter what the fuck wird immer sexier von Tag zu Tag die Voice verreckt grad voll ja das tut sie wirklich hm ah I need a Blueprint ich gebe noch eine Meisterplanung wieder hm 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 hab ich Holz dabei no no I don't ok ok dafür dass man Eisen relativ schwierig findet reicht so eine Eisen Schaufel aber echt nicht gerade sehr lange naja wir haben noch keine richtigen Höhlen erkundet eigentlich ne ich war schon alleine und ich glaube ich bin auch der Meinung dass ich ne Minecard gehört habe gehört ja ok das heißt doch dass ne Mine Dings in der Nähe ist oder nicht naja I don't know was you hearing ja du hörst dann halt so ne Minecard vorbeifahren halt wenn das denn will nicht ich bin dabei aber ich hab ne Minecard gehört ach boah das hast du ne Schaufel ja oh no wow uuuu how is this happened man denkt keine spitzhacke mehr ja warte ich hab dir eine gegeben ne? ja aufs maul dann ist natürlich die frage was du dann mit dem bereich hier unten machst da unten? ja weil das wird ja jetzt so dann alles auch zu groß also theoretischerweise können hier auch noch mehr felder hin also ja kannst du machen ich will gerade nur ein blueprint für meinen chef machen ich wollte nur erde sammeln mehr nicht frag ich das nicht mag ich das auch nicht hey what naja schon ok jetzt brauche ich eine große dicke ladung eine was? ähm ist auch eine große fläche eine große fläche ja ich mach mir gerade eine aber warum was? wozu? ach auch ein blueprint kannst du den nicht in excel machen? oder ein ding in excel? ja ich hab damals als ich für äh ich wollte mir das stargate center bauen und da hab ich mir in excel nen blueprint gemacht für die ersten beiden level ne warte mal das war nicht stargate was war denn das? naja da ich das ingame mit dreck auch kann daher scheiße ich brauche nahrung scheiße ja aber wenn du es ingame kannst dann kannst du es doch gleich so bauen oder nicht oder ey ne ne ich muss ja wissen wie es am besten aussieht ingame daher die blueprint ok ich pflanze es jetzt an boom wow unspektakuläre scheiße ich schwöre bei gott ich verhungere gerade ja ich kümmere mich nochmal um essen jetzt ja 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 yummy 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 i got not not yummy yummy in my tummy ich werde jetzt unser anfangsgebilde entfernen ja welches hast du falls ihr emotional dran hängt sagt goodbye goodbye es ist ja schon weg hm ok weiter ein ganz normales ruderboot und Gap übertreibt und baut sich ein schiff ey rrrr ich brauche ein schiff in der bucht man ach wir sollen nur angeln Gap und nicht das ist ein traum wir wollen nicht angeln wir wollen fische töten oh m n n u na im fischersport aber im piraten stil also kann ich kann ich deinen kackstreifen hier entfernen Gap was kann ich den kackstreifen hier entfernen welchen kackstreifen ja der dahin geführt hat wo das boot eigentlich sein sollte achso ja Ja, das kann auch für ihr sein Ja, ich will ja erstmal nicht, dass keine Zombies oder so Darauf springen und dann auf unser Feld landen Achso Fickt euch, Nigels Ich weiß auch nicht, warum die so häufig da irgendwie gerade vorkommen Hilfe Hey, jetzt schreit er wieder nach Hilfe, das war ja klar Warum sind die Viecher überhaupt so aggressiv? Fucking Nigels, ich hab keine Ahnung Die sind doch eigentlich nett oder nicht? Das weiß ich nicht Zu mir waren die mal nett Außer jetzt Ja, müssen fallen Kreuzfische, ich weiß nicht mehr wie er heißt Kackeldinger Machen wir mal Bohnenmiel Dann lass ich mal hier mein Ding Fertig? Ich hab Angst, die Kartoffelsaat schon zu ernten Weil ich weiß nicht, ob die fertig ist Dann lässt du besser noch die Finger davon Ja Aber ich kann kein Bohnenmiel draufpacken Deshalb war ich mir nicht so sicher Boah, das kann als Keller zu unserem Dings führen Zu unserem Haus Ne, dafür hab ich einen anderen Plan Okay Dann mach ich mal Bohnenmiel auf unsere Karotte Geht auch nicht? Oh, warte Okay So Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Drei Die Mäbogenmiel kann ich nicht draufpacken Zehn Sehn Sechzehn Siebzehn Achtzehn Neun Zehn Zwanzig Einund Zwei 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 Der Saatsteg ist irgendwie voll nice, finde ich Hat was Ich habe es nur gesehen so richten sollten gleich mal wieder schlafen gehen Erde nach Hause, ich habe so viel Erde und dann